hallo und herzlich willkommen zurück zu astromedica hier ist so ein vieh das greift mich immer an wenn ich in meine basis will ich das kaputt machen oder macht das mich kaputt das macht einfach nur mich kaputt da habe ich die basis wo ein bisschen doof ausgewählt hier geht das leben hoch wenn ich hunger und durst voll hab was ich nicht kann weil ich nichts habe ist aber bitter machen jetzt aber ich kann hier zum beispiel jetzt schon mal das panel irgendwo ansetzen okay pack's mal dahin so jetzt eine batterie bauen bitte nicht angreifen ich wollte nämlich gucken hier ist nämlich irgendwo unter mir da ist das so ein lager er ist ja schon wieder das vieh das hier den guard guckt das hier dass keiner was klaut aber das kann ich ja nicht aufmachen ne ich brauche ein laser dafür muss nach hause muss mich heilen ich muss ich muss alles ich hoffe ich überlebe das du denn das ist ja gut die idee war in ordnung in ordnung da hinten zu bauen weil das ist ziemlich dicht und dem nächsten punkt wo ich hin muss ja so ok dann muss ich mir alles hier zusammen basteln batterien alles klar wasser ja habe ich noch ein paar ne weil die machen immer 100 100 100 100 der macht 100 essen den burger kann ich rausnehmen der macht 100 essen ja ja okay warte so ich glaube ich habe alles jetzt mal da hoch was mache ich gegen diese angriffstroiden also der da unten ist explodiert der darum explodiert irgendwie nicht das ist ja gut da ist er wieder da die vielleicht den eingang nach hinten packen das schlau ich glaube schon der macht mich ja immer kaputt wenn ich da hochgehe ja warte ich muss erst luft holen macht er mich kaputt das ist ja noch einer das sind ja zwei das nicht gut warte ich muss das wahrscheinlich zuerst weg machen war das mit n ja ich weiß nein eine tafel oder was nee da kann ich das nicht abbauen so das wird mein erster tod glaube ich jetzt auf die andere seite schnell gebaut und zwar einmal den korridor achse dahin und dann die luftschleuse sehr gut verwalter okay das ding hatte ich hier vorne oder kommen auch ich hier hin machen wir haben zwar keinen strom aber ich habe noch eins ok so ja schon troiden wo seid ihr ich hoffe nicht hier so jetzt war das hier etwa ernst das ding borne kommt dort hin hier auf die seite sehr gut und dann sollte ich noch mal bauen das ding was kommt da hin habe ich jetzt hier drinnen strom wahrscheinlich und wie viel nicht viel cheerio das ist ja super wenig kapazität 125 und 52 okay so bin ich jetzt hier drinnen zum beispiel das ding bau das braucht ruft sich strom ok hätte ich die noch über ja gerade so ok kann ich von innen noch so ein korridor daran bauen würde dort gehen guck mal ich habe jetzt zum beispiel keine aufgaben mehr ja ich leite die mir halt mal da aus dekoration ja gut das ist ja erst mal nicht gut user terminal copper bars aber dann muss ich hier nochmal zurück ne small storage braucht strom das ding braucht kein strom ok was ist das denn hier u mining laser ich muss sowieso zurück das ist unsere neue basis das ist doch super aber die blöden dinge mit denen ich nichts machen kann also die ich nicht verteidigen kann also diese kleinen runden r2d zu ist nein eigentlich mehr ja von ob willien die dinge so sehen die aus gehört ich bin zurück so was wollte ich bauen das ding ne chipset chipset gold habe ich nicht gefunden private gold ich brauche auf jeden fall noch habe ich nicht mehr kann ich machen was ist da bei fabric fabric einen hätte ich hier noch fabric drin ne ne ah muss ich suchen fabric da Mache ich aus? Hä? Kann ich nicht Fabrik irgendwie aus organischen Sachen herstellen? Oh, das ist aber bitter. Nee. Hm. Hm. A feud and fuel. Okay, organik. Organik ist es dann wohl nicht, ne? Okay, gut. Brauche ich Fabrik. Das heißt, müsst ihr jetzt nochmal hingehen und sämtliche Container durchsuchen? Leute, Leute, Leute. Aber heute nicht mehr. Machen wir morgen. Bis dahin. Habt euch gut und Tschüss.